Stellt euch einmal unsere Welt vor ohne Krieg, ohne Gewalt, ohne Bosse, ohne Herrscher. Jeder ist dem Andern halt, ohne Ehrgeiz ungehetzt. Alle leben nur im Jetzt. Ohne Ehrgeiz ungehetzt. Alle leben nur im Jetzt. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir hatten eine so wunderschöne Premiere von Utopia am 1. Oktober in Gerritsried. Dass ich euch nun voller Freude sagen kann, dass die Tournee Utopia in diesem Herbst stattfinden wird. Aufgrund der jüngst beschlossenen Lockerung der Kapazitätseinschränkungen gibt es kurzfristig nun wieder Tickets. Das heißt, auch wenn ein Konzert ausverkauft war, es gibt jetzt wieder Tickets und ihr werdet alle stattfindenden Konzerte im Abspann lesen können. Wir freuen uns so sehr, wenn ihr alle kommt, um mit uns zusammen Utopia zu erleben. Applaus 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 Was einem der Regen so raunend erzählt, auch wenn man es selten versteht, ist so viel umfassender ausgewählt als alles, worauf man besteht. Und das ist so viel für mich, du kannst, du kannst, du kannst, du kannst, du kannst, du kannst.